so richtig los geht erstmal ein schickes foto machen gute positionen sind auf jeden fall vorhanden okay das hat das geld hat genügt okay gut nachdem wir wie ein paparazzi sich tausend fotos gemacht haben mal wieder geht es wieder los aber auf jeden fall bleibe ich erstmal beim ein dual platscher zwar wenigstens einer meiner früheren main gewesen außerhalb die airbrush mg oder die goldene ist eigentlich egal und bei der variante ja komm ich habe ich zeit getroffen mit einem 3r schwapper da hier damals habe ich den 3r schwapper ein bisschen gehaktet und ich konnte mit denen irgendwie nicht so richtig umgehen aber oder sogar richtig op war das heißt bei dem 2 ab und zu mal genutzt aber hier muss ich ihn halt noch freischalten ich rede von erfahrung aber auch eine andere sorge kommt ich treffe ich auch noch ja wobei ich bin nicht so riskant drauf gehen oder wobei ich finde es ist aber noch einer verdammt ja einer noch dahinter das sieht gerade nicht gut aus ich würde gerade gerne meine ulti einsetzen wenn hier nicht so viele gegner team werden ja jetzt bin ich fällig war klar der mit dem 3r schwapper auch noch ja es sieht auch nicht gerade gut aus bei uns ich spüre schon die gefahr im wahrsten sinne des wortes verdammt 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 god team er hat alles ein was möglich ist so so ziemlich vieles und ich habe ein wenigstens richtig kassiert so muss das sein ist aber auch wirklich viel weiß man sieht die nette aus ja ach du scheiße wie es in game einfach hier so so weiß beige aussieht während auf der karte es komplett weiß aussieht na komm die strebe ich doch doch noch trotzdem kommen war die verteidigung hat nicht so viel gebracht du gleich mit mit den schwapper hier ne gleich zwei auf einmal gekillt da oben müssen achten eines auf jeden fall hinter mir einer sind ja ich kann ich kann ich kann ich kann mich nicht so viel entscheiden es bringt bringt halt irgendwie gar nichts wenn man schwamm raketen einsetzen möchte und wenn man nur einen visier hat ich habe übrigens die kopfbedeckung auch mal gewechselt das hätte ich gleich zu gesicht bekommen wie es heißt weil ich weiß es jetzt gerade jetzt wirklich nicht für diese kurze zeit hat jemand anders an die sehr gut kommt die streppe ist ja richtige pussy muss ne ach so ne ich ok war doch ein teammate am sniper und das wäre einer von den gegner team ja da hab ich dich geholt junge wunderbar 15 sekunden wir könnten das blatt noch ändern also es droht bis jetzt keine krasse gefahr und bis jetzt habe ich keine einzelne nimmungen nicht gesehen ich glaube ich verziehe mich man doch lieber na wobei ich habe jetzt noch nicht mal auf die auf der karte geschaut wie sieht es aus ach nee nee das können wir vergessen schade schade und es war dann noch nicht mal knapp gewesen das macht das ganze irgendwie noch mal schlimmer aber ok 5k es geht eigentlich und wir sind super catcher fan wunderbar mit dem aktuellen rang fehlen noch zwei das werden einmal glorreich und dann zum absoluten fan club leider ich werde auf jeden fall bis zum feld club leider spielen also nicht den nicht die maximale punktzahl von feld club leider sondern wirklich nur bis zum feld club leider da bin ich schon mal safe und ja ich glaube es wurde zu viel und dann ja wir sehen uns gleich hier in der nächsten runde wieder ich habe irgendwie das ganz komisch gefühl dass dieser angebliche klaren g und karl langsam im überhandeln er hat vorhin im eigenteam ein jetzt ein gegner team ist also wort und so ein richtiger clan oder so irgendwas keine ahnung oder wie gesagt dass das irgendwie franzosenklan sein soll wenn das ein franzosenklan ist dann herzlichen glückwunsch naja gut dem weiteren habe ich jetzt auch nichts mehr hinzufügen nur dass wir gleich die schwammraketen haben und die sofort einsetzen werden aber ich muss mich beeilen der tipp mit seinen raketen hier kommen überraschungsangriff hat leider nichts gebracht schade wäre aber richtig nice gewesen wenn doch braucht sich noch einer hierher da kommen endet der pinselte war ich würde mein gott erscheint irgendwie momentan etwas abzugehen das war aber keine gute idee hätte ich mich um diesen einen block da nicht mehr so etwas verstecken können aber er hätte mir auch nicht wenig gebracht würde ich eher zum zinten fisch dann hätte es wahrscheinlich gebracht was ist aber mal jetzt los jetzt hier gegner team übertreibt nicht na komm ich treffe wunderbar ah wunderbar mit hinter der rüstung kommt egal die treffe ich juckt mich nicht ok der g&k keine ahnung seitdem ich den leute sehen in diesem in anführungszeichen angeblich einen klaren tag wenn worte kriegs und ist kotzen ich weiß auch nicht das ist einfach nur schon wieder der selbe kunde was los mit dem mann schon wieder alter was ist dein scheiß problem es ist gerade wirklich es kann ja das kann man knicken ich lieb so gut und jetzt kommt so eine scheiße ohne witz es wird gerade so schlimm kommt kannst du es wenigstens retten dankeschön wenigstens jemand schon ein paar wie möglich pushen 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 dann hätte noch einer hier diese kinderrüstung da danke kommt und hinten morgen alles klar war dann ein teammate wenigstens zur freien hat ihn wenigstens getötet aber ich ja von mir kriegt er noch scheiß Hildenmarker ja völlig cool war aber grad so ein ganz kurzer 1-Snycer-101-Kampf das war geil jetzt bin ich gespannt so wie es aussieht haben wir das gewonnen auf jeden fall auf jeden fall haben wir das wunderbar jetzt kann es gerne wieder gut laufen nach dem match wäre schön immer her damit mit den punkten dann lässt sich auch noch gut sehen ja keine zeit verlieren es geht direkt weiter in der nächsten runde und wir sind hier wieder direkt in der wandelzone aber für dieses wochenende ist irgendwie grad nicht so perfekt das wäre da irgendwie das drascht gerade übel ich weiß auch nicht mehr drum naja perfekt das war da ausgewählt also von daher ein grund auf jeden fall jetzt hier das ganze wochenende durchzusuchten da darf da auf jeden fall da lohnt sich das wochenende so was aber ich werde sowieso mal wieder ganz stark davon ausgehen das war im ersten Teil genauso es wird auf jeden fall mindestens schon einmal im monat das Blatt was geben auf jedenfall dass da steht nichts offen und ok das war einfach gefährlich schon zugestehen kann ich aber zurück bitte ok das ist auch so möglich zum glück man müsse dann surf je auf die Pattformионer ihn gehen wundervorf gut haben wir jetzt schon fast überhand hier einfach leicht ausweichen also schwimmen ist eigentlich ich mach das ganz safe hab ich so ein hit kursiert aber ich hab's so gechillt und lässig ausgewichen also ein teuer ok manchmal gibt es Situationen wo es etwas eskaliert da ist es ein bisschen schwer halt ich mach mal so auszuweichen ja 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 fühle ich cool hier ja fühle ich cool ja fühle ich cool kriegt doch nicht wahrer wahrscheinlich herzlichen Glückwunsch für dich not existenzlos aber gut das soll uns ja nicht weiter abhalten dafür wir machen einfach direkt weiter komm jetzt kill ich ne komm komm her scheiß auf den Sniper ich hab ihn komm den Sniper krieg ich auch noch irgendwie noch ja hä da muss aber der Sniper ne der Kleckser hä ja das sind nur so irgendwelche nachspritzer also war beim ersten Teil genauso das ist so lästig ne ja komm du hast hier nichts zu melden komm verpiss dich einfach ja schön rückzug ne weite ja ne he 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 feldzug direkt ausgeübt erfolgreich gemeistert irgendwie so in der art ich muss mir jetzt irgendwas einfallen damit es mehr oder weniger ewig klingt ok jetzt kann ich jetzt da durch die Tintenrissung des anderen Team eingesetzt hat etwas mehr auf die Offensive gehen das nutze ich immer gleich sofort aus es war immer nur schwer begrenzt ja genau genau klar hat er mich noch getroffen war ich nicht schon etwas um die Ecke irgendwie so gesagt aber naja gut beschweren kann ich mich da ja eigentlich ja nicht ne Apropos das ist irgendwie es muss ein Meme geben ich habe das jetzt nirgendswo noch nicht mal bei Google oder so habe ich ein Memes davon gesehen es müsste ein Memes davon geben das war lustig komm wo ist er scheiße ja als ob als ob lächerlich aber wir haben es trotzdem geschafft hehehe so gegeben ihr noobs so ok jetzt war jetzt noch 3 kills gemacht der Sniper hat schon ein bisschen ja ging schon ein bisschen auf den Sack aber ok gut ja dann machen wir direkt weiter ja mein Internet oder der Server wie auch immer war wieder Probleme und konnte leider nicht finden das ist jetzt schon das zweite Mal ach das ist das geht alles auf die Zeit hier wir dürfen keine Zeit verlieren wir kämpfen übrigens mal wieder in unserem eigenen Team warum das manchmal so ist wie gesagt ich möchte mich jetzt auch nicht weiter und wiederholen aber ja wird schon irgendwie so sein warum auch immer aber egal es war sowieso immer so ein bisschen weird irgendwie gegen sich selbst zu kämpfen beziehungsweise gegen das eigene Team zu kämpfen irgendwie nein hör auf du drecks Blaster ach man Luna Blaster auch noch ich spiel fast nie mit Blaster aber das sind die die mit's krass abgehen wir haben zwar keine große Reichweite komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon das hätte ich doch nur treffen können das ist etwas lächerlich gewesen na wobei ja wollen jetzt erst noch zwei Leute auch auf mich drauf gehen oh hatte aber keine Idee hab ich ihn noch ja den hab doch getroffen das ist jetzt kein Campen oder so aber irgendwie muss ich es ja grad machen na gut ich will den nächsten zwei im Visier mit den Schwarmraketen wenn ich das Wort schneller ausspreche dann kommt bei mir irgendwie Schwarmraketen raus ich weiß auch nicht deswegen versuche ich es klar und deutlich auszusprechen ich habe das Gefühl das Gegner-Team mit ihren Körlingbomben eskaliert das gerade ein wenig aber momentan ja es wechselt immer so ein bisschen nein ich wollte gerade das nicht öffnen eigentlich nur diesen Detektor grad mal benutzen bringt eigentlich nicht viel außer wenn man jemanden damit dann kann man sein viel sehen oh ja man kann mit diesen oder generell halt mit dieser Technik kann man schon ums gehen das war knapp das war knapp holy shit ja ich habe jetzt wenigstens im Visier du kannst gerne runterkommt wenn ich nicht verkacke nein nein okay gut dafür gibt es ein cool und ich dachte jetzt schon ey das wäre so richtig zum kosten gewesen aber gut zum Glück ja doch nicht ja wunderbar okay da muss ich mich jetzt etwas zurückziehen jetzt hier irgendwie so ein bisschen was dazu einstärben ja da kommt noch mal der Klecksvolle ja wahrscheinlich ne aber du hast keine Kinder mehr wir sind leider fech für dich aber dafür Glück für mich nein nur ein an die sie mit den schwein machen gehen jetzt irgendwie etwas lecker nicht das ist das ist das ist der fühlt euch alle cool man ach das war mal wieder sowas von zum kotzen ne ne das die runde war etwas kacke die runde war schon echt kacke aber somit in diesem part aber auch die letzte runde zwei paar stehen auf jeden Fall noch frei das kriegt man schon hin allerdings wird es bei mir dann halt ein bisschen schwierig weil ich mich danach offscreen auch hochpushen werde von selbst bis zum fanclub laner wie bereits schon erwähnt und das bekommen wir hier okay einmal für Supersprung und einmal halt hier damit die spezialeinzeige nicht so schnell geleert wird ähm ja war es hier in diesem part und dann geht es dann weiter im vorletzten part war einfach ganz skrät weiter und ja bis zum nächsten mal und ciao und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal